Die DHV News vom 5. Juli 2024. Bundesrat, THC-Grenzwert 3,5 Nanogramm endgültig beschlossen. Theoretisch der Start für Anbauvereine. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroß-Shop. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Kleiner Rückblick zur Cannabis-Normal-Konferenz. Jetzt endlich nicht mehr ständig angekündigt, die Konferenz, sondern jetzt wird sie rückgeblickt sozusagen. War wieder großartig und wir haben jede Menge positives Feedback bekommen. Die Leute sind begeistert da gewesen und weggegangen. Und wir werden Videos veröffentlichen davon. Eins ist schon online und zwar die Politikerrunde, die den Start der Kanoko gemacht hat letzten Freitag. Und naja, das ist vielleicht auch für viele in so einem politischen Cannabis-Kanal der interessanteste Punkt. Also könnt ihr euch schon angucken, haben auch viele schon gemacht hier im Kanal. Und wir werden viele weitere Videos folgen lassen. Relativ zeitnah kommen jetzt die beiden anderen Sessions, die konkurrenzlos auf der großen Bühne gewesen sind. Das ist einmal die Verleihung des Hanf-Adlers in den Kategorien Politik, Wissenschaft und Aktivismus, die Samstagabend stattgefunden hat. Und dann Mariana Grillen. Also dieser Aufbau eines Gesamtverbands und dieser Kette an CSCs in ganz Deutschland. Den haben wir kritisch unter die Lupe genommen, wie angekündigt. Und es war eine interessante Diskussion. Und auch die kommt jetzt ganz am Anfang mit der ersten Reihe an Videos. Mit den weiteren Sessions wird es dann ein bisschen dauern. Die sind auch alle geplant zu veröffentlichen. Aber das wird dann erst in zwei Wochen, zwei, drei Wochen ungefähr weitergehen. So geht es hier auch weiter im Programm mit dem Thema THC-Grenzwert. Hochaktuell, gerade kurz bevor der Aufnahme hier dieser News und heute auch vor Veröffentlichung der News, hat der Bundesrat endgültig den THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm durchgehen lassen. Der Beschluss kam ja vom Bundestag. Und der Bundesrat hätte jetzt auch in dem Fall wieder den Vermittlungsausschuss anrufen können und das Ganze verzögern können und so weiter. Und es gab auch entsprechenden Widerstand aus manchen Bereichen. Also vor allem die Innenminister, wie immer bei Cannabis, haben versucht, das nochmal irgendwie zu torpedieren und irgendwie in die Länge zu ziehen. Aber in dem Fall hat der Bundesrat das nicht getan, letztendlich im Plenum heute. Was bedeutet, dass nach der Unterschrift vom Bundespräsidenten, die zu erwarten ist, und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, dann diese Regelung in Kraft treten kann. Also bald, ich schätze mal, in fünf bis zehn Tagen wird es wohl soweit sein, dass das veröffentlicht wird. Und dann gilt in Deutschland statt ein Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum zur Bestimmung einer Drogenfahrt oder einer Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis. Wie alle wissen, so viele von euch wissen, ist dieser Wert sehr umstritten, sag ich mal. Der wird vielen helfen, vielen Gelegenheitskonsumenten insbesondere und denen, die zwischen Konsum und Fahrt einen relativ großen Abstand haben. In Kombination am besten auch noch, also nicht zu viel konsumieren und nicht zu häufig und eben auch noch einen einigermaßen guten Abstand zwischen Konsum und Fahrt. Also eine sattche Nacht dazwischen, sag ich mal, die werden größtenteils keine Drogenfahrt mehr unterstellt kriegen, obwohl sie nüchtern sind. Regelmäßige Konsumenten dagegen sind häufig immer noch dann über 3,5 Nanogramm und trotzdem vollkommen nüchtern. Das ist also auf jeden Fall eine Verbesserung, logischerweise eine Verdreieinhalbfachung des Grenzwerts ist logischerweise eine Verbesserung, aber eben noch nicht ein Traumziel sozusagen, wo dann wirklich keine nüchternen Leute mehr belangt werden. Und was aber auf jeden Fall auch noch sehr relevant ist bei der Sache, dass diese 3,5 Nanogramm nicht gelten für Fahranfänger und überhaupt Leute in der Probezeit. Heranwachsene bis 21, aber auch alle anderen, die in späteren Jahren den Führerschein machen und dann noch in der Probezeit sind. Während dieser Probezeit gilt weiterhin ein Nanogramm und das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht für alle Cannabiskonsumenten in der Altersstufe, die ziemlich viele sein dürften, also die müssen weiterhin bangen um den Führerschein oder eben sehr, sehr, sehr zurückhaltend Cannabis konsumieren und sehr, sehr, sehr lange abstellen lassen zwischen Konsum und Fahren. Aber immerhin, endgültig ist es jetzt und keine Zitterpartie mehr. Das hätte auch noch sein können nach dem Widerstand, der sich da angedeutet hat. Das ist noch viel länger dauert und wir noch viel länger mit dem 1 Nanogramm Grenzwert rumhampeln müssen. Und insofern eine eindeutige Teilverbesserung, vielleicht mal so, um im Lauterbach-Slang zu bleiben. Ja, und ansonsten hat sich die ganze Woche natürlich sehr um die Anbauvereine gedreht, genau wie unsere Konferenz, wo natürlich auch viele Sessions sich um die Anbauvereine gedreht haben. Da ist vor allen Dingen jetzt nochmal ein ganzer Batzen an Nachrichten gekommen, dass Bundesländer jetzt doch die zuständige Behörde endlich bestimmt haben. Das war bis zum Schluss in vielen Bundesländern unklar. Wo können denn überhaupt die Antragswilligen ihre Anträge hinschicken? Nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, seit 1.7. gilt nun auch der Teil des Cannabis-Gesetzes, der die Anbauvereine betrifft. Vor dem 1.7. waren die ja gar nicht möglich sozusagen. Jetzt gelten diese Gesetze, jetzt ist das Gesetzteil, die Paragraphen des Konsum-Cannabis-Gesetzes, genau genommen, die sich auf die Anbauvereine beziehen, auch. Und in Medien war dann schon häufig die Rede davon, dass jetzt ab sofort die Cannabis-Clubs anfangen anzubauen und Gras zu verteilen und so weiter. Das ist natürlich nicht der Fall. Den zahlen muss ja vielen Journalisten erstmal zehn und sagen, nee, nee, ab 1.7. ist überhaupt möglich, einen Antrag auf Betriebsgenehmigung zu stellen. Und dann haben die Bundesländer drei Monate Zeit, darüber zu entscheiden. Und zwar drei Monate, nachdem alle unten erforderlichen Unterlagen vorliegen. Und dazu komme ich gleich nochmal. Ich gehe mal ein bisschen in die einzelnen Nachrichten rein, die da jetzt noch kamen. Angefangen mit einer Nachricht, die von uns kam, sozusagen, die wir selber auf unserer Seite veröffentlicht haben, nachdem dann endgültig alle Länder tatsächlich erstmal bestimmt haben, welche Behörde zuständig ist. Mecklenburg-Vorpelmann war nämlich diese Woche das letzte Bundesland, das da jetzt noch gehandelt hat. Und wenn ich sage, alle haben die zuständigen Behörden bestimmt, naja, fast. Wenn man nach Berlin schaut, da muss man sagen, vorläufig. Berlin hat nur vorläufig bestimmt, dass die Bezirke der Stadt zuständig sein sollen. Also zum Beispiel Pankow oder Friedrichshain-Kreuzberg und so weiter. Diese Bezirksregierungen, in Anführungszeichen, sind erstmal zuständig. Und bisher gibt es keine Verordnung dazu. Und es wird auch ausdrücklich gesagt, solange es keine Verordnung gibt, sind erstmal die Bezirke zuständig. Und da kann man sich natürlich vorstellen, solange das nicht endgültig geregelt ist, werden die Bezirke in Teufeltunen, sich damit allzu sehr zu befassen oder irgendwie Personal einzustellen oder so. Nicht, dass am Ende in drei Wochen oder in zwei Monaten dann irgendwann der Senat mal eine Verordnung macht, wo dann jemand ganz anders zuständig ist. Also insofern wird das zäh bleiben in Berlin. Und zur Entschuldigung wird dann Berlin typisch irgendwie rumgelabert von wegen der Zeitplan. Wäre er sehr ambitioniert gewesen und das wäre eine Riesenherausforderung und so weiter. Nur ist Berlin halt das einzige Bundesland, weil er das nicht hingekriegt hat, endgültig eine Behörde zu bestimmen. Ja, also klassisches Berliner Unvermögen, dilettantisches Vorgehen. Es war lang genug klar, dass jetzt diese Paragraphen in Kraft treten. Und da brauchen wir nicht irgendwie monatelang, um da mal ein paar Ausschreibungen zu machen und sich da irgendwie auszukäsen, wer da zuständig sein soll. Aber naja, jetzt müssen die Bezirke halt die Anträge entgegennehmen, auch wenn die gar nichts davon wissen. Die sind dann von der Presse auch gefragt worden. Und mehrere Bezirke haben jetzt dazu nur gesagt, wir haben keine Ahnung davon, wir haben null Informationen, wir wissen nicht, wie das geht, was wir da machen sollen und so weiter. Also, naja, Berlin halt. Was auch zeigt, wie solche Diskussionen dann laufen, wieso das so spät ist und wieso die sich nicht geeinigt haben. In Berlin haben sie zumindest irgendwelche Ausreden noch von wegen strenger Zeitplan irgendwie erfunden. In Merck-Pomm ist nämlich offensichtlich, dass keiner haben wollte einfach, dass niemand sich dafür zuständig erklären wollte. In Merck-Pomm gibt es ja auch keine Minister, die jetzt großartig für die ganze Cannabis-Reform gewesen sind. Merck-Pomm hat sich immer dagegen ausgesprochen. Und insofern hat auch kein Minister Lust, jetzt irgendwie für diese Anbauvereine zuständig zu sein. Und das muss der Landwirtschaftsminister machen und er ist irgendwie ganz sauer. Und die Zeitung schreibt schon, der wäre dann auch nicht zum Jahresempfang der Landesvertretung in Berlin angereist. Der hat vielleicht jetzt schon um sich ein blödes Cannabis kümmern muss und so. Ein bisschen kindisch irgendwie, aber so laufen die Debatten dann halt auch manchmal. Naja, jetzt muss eben da der Landwirtschaftsminister in Merck-Pomm herhalten und eure Anträge entgegennehmen. Brandenburg zum Beispiel, da sieht es ein bisschen besser aus, da ist klar, wer es machen soll und so weiter. Aber zeigt eben auch, dass auch bei den Ländern, die jetzt da schon längst irgendwie die Behörde bestimmt haben, noch lange niemand sitzt, der sich wirklich mit den Anträgen befasst. Da heißt es zum Beispiel, dass drei neue Stellen geschaffen werden und die werden zeitnah ausgeschrieben. Also die sind noch gar nicht ausgeschrieben. Ja, das kommt dann demnächst erstmal und dann kommt ein Bewerberverfahren und so weiter und so fort. Also da geht locker auch nochmal einen Monat ins Land mindestens, nehme ich mal an, bis dann wirklich jemand am Schreibtisch sitzt und irgendwie den Telefonhörer in die Hand nimmt, wenn es klingelt sozusagen. Kann man halt nur bis dahin erstmal irgendwie die Anträge auf den Tisch legen, abgeben und dann liegen die halt da. In Bayern ist die zuständige Behörde auch schon relativ lange klar und die soll ja nur so Anti-Cannabis unterwegs sein. Bayern ist das einzige Bundesland, was sagt, dass es streng handhaben wird und dass es möglichst versuchen wird, irgendwie den Cannabiskonsum zu reduzieren und so weiter, extrem repressiv ranzugehen an die ganze Sache. Und in dem Zusammenhang ist nochmal ein wichtiger Punkt, auf den ich eben gekommen bin. Ja, diese Drei-Monats-Frist, die fängt erst an zu laufen, wenn alle nötigen Unterlagen beisammen sind. Und dazu heißt es in Bayern, dass eben das Landesamt für Gesundheit, Lebensmittelüberwachung zuständig ist. Unter anderem prüft es, ob ein Präventionsbeauftragter ernannt wurde und eine Schulung absolviert hat. In Bayern werden die zentral vom LGL organisiert, also Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelüberwachung, diese Präventionsschulungen. Und voraussichtlich werden die jedoch erst im September beginnen, die Schulungen für die Präventionsbeauftragten der Anbauvereine. Und gleichzeitig heißt es, es wird überwacht, ob eben die Unterlagen vollständig eingegangen sind, wozu auch das Zertifikat der Schulung der Präventionsbeauftragten gehört. Ich habe schon mal gesagt, auch mir gegenüber, wenn wir jetzt erkennen, ob Bundesländer sich repressiv ausstellen oder eher sagen, nee, wir finden das sinnvoll mit den Clubs, wir wollen Schwarzmarkt verdrängen, wir wollen schnell viele Clubs haben. Die werden nämlich dann sagen, okay, ihr habt einen Präventionsbeauftragten bestimmt, ihr habt irgendwie einen Plan, wann der wie wo sein Zertifikat machen kann und ihr könnt das nachliefern. Ja, das kann ein Bundesland meiner Meinung nach auch machen. Aber die, die repressiv vorgehen wollen, werden sagen, nee, also die Unterlagen sind noch nicht vollständig, wir brauchen diese Schulung und ist die überhaupt erst ab September möglich wie in Bayern jetzt hier. Also da kann man wohl davon ausgehen, dass dann vor September keine Genehmigungen erteilt werden. Bis jetzt heißt es übrigens, dass sieben Anträge eingegangen werden in Bayern, von denen keiner vollständig ist. Ja, ohne zu sagen, warum, aber das könnte zum Beispiel einer der Gründe sein, die werden dann auch so schnell nicht vollständig, diese Anträge und dann passiert erstmal da nichts. Thüringen war noch ganz interessant, weil da zum ersten Mal auch von den Kosten konkret die Rede war, bei den entsprechenden Medienanfragen und Berichten und so weiter. Nämlich die Lizenz selbst kostet ja auch nochmal ein bisschen Geld. Das Land kann Kosten weitergeben, ja, die sollen da nichts dran verdienen, aber zumindest die Kosten, die sie haben, können sie weitergeben. Und das ist schon ein ganz anständiger Stundensatz, den die da aufrufen. Und da sagt zum Beispiel eine Besprecherin der Landesdirektion, der Zuständigen in Thüringen, die Kosten für einen Antrag könnten bis zu 2750 Euro betragen. In anderen Bundesländern vielleicht noch mehr. Das klingt ja erstmal viel, ja, ist ja auch für kleinere Vereine sicherlich viel. Für 500 Obergrenzen bei einem, ja, mit 500 Mitgliedern ist das wahrscheinlich überschaubar, der Preis, 2750 Euro. Die haben sowieso eine sechsstellige Investition, um irgendwie zu stemmen. Da fällt das wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig ins Gewicht. Aber wenn so ein ähnlicher Betrag auch für einen Anbauverein mit 20 Leuten aufgerufen wird, dann ist das natürlich schon ein erheblicher Betrag. Ja, so viel dazu, aber deswegen auch die Überschrift, ja, theoretische Anbauvereinigungen sind jetzt möglich. Also das Gesetz jedenfalls in Kraft. Und immerhin sind jetzt alle zuständigen Landesbehörden, bis auf Berlin vorläufig, sind die bestimmt. Und das kann theoretisch jetzt losgehen mit den Anträgen. Und irgendwann demnächst erreicht man auch überall vielleicht mal einen Mitarbeiter, wenn man irgendwelche Fragen hat. Aber wird jedenfalls nicht irre schnell vorwärts gehen, jedenfalls nicht in allen Bundesländern. Und ich bin auch selber sehr gespannt, wann die erste Lizenz, die erste Betriebsgenehmigung für einen Cannabis-Anbauverein ausgestellt wird. Das wird nochmal sicherlich ein Meilenstein in diese ganzen weiteren Betrachtung. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich ganz interessant fand, nämlich über Schulen in NRW. Da gab es einen Aufschrei nach dem Cannabis-Gesetz, nach dem 1.4., dass eine Gesetzeslücke gäbe und dass jetzt Leute Cannabis in den Schulen mit sich tragen dürfen. Ja, also Erwachsene jedenfalls, weil da keine konkrete Ausnahme für Schulen im Gesetz drinsteht. Und dann dürfen eben Lehrer und erwachsene Schüler Hanf in der Tasche haben, so wie sie auch Bier oder Schnaps in der Tasche haben dürfen. Und die dürfen sogar anderen Leuten ihr Gras zeigen. Die dürfen das so nicht konsumieren, auch in der Schule, auch nicht im Umfeld, diese Sichtweite und so weiter. Aber sie dürfen darüber reden, zeigen, mitbringen, besitzen und so weiter. Das ist ein Riesendrama. Obwohl Lehrer eben vermutlich auch die eine oder andere Sektpulle im Lehrerzimmer stehen haben, das ist auch kein Thema. Aber wenn die dann da irgendwie Gras in der Tasche haben, ist Riesenaufregung angesagt. Und da war dann eben die Forderung zunächst in NRW, auch aus Richtung Schulministerium, Bildungsministerium, dass doch bitte die Schulen in den Hausordnungen Cannabis verbieten sollen. Ja, dass die ganz schnell alle ihre Hausordnungen ändern sollen und den Besitz von Cannabis verbieten in den Schulen, auch für Erwachsene. Und jetzt müssen sie zurückrudern und sagen, geht nicht. Ja, das ist gar nicht möglich, über das Hausrecht und die Schulordnung und so weiter den Besitz zu verbieten, weil das eben weit über das Bundesgesetz hinausgehen würde, ja, wo das einfach nicht vorgesehen ist, solche Verbote. Und deswegen ist man ein bisschen kleinlaut und sagt, man soll doch ein bisschen in der Schulordnung reinschreiben, dass es nicht erwünscht ist, dass man Cannabis dabei hat, auch als Erwachsener. Und das ist, finde ich, eine ganz nette Nachricht, wo man wieder so sieht, wie sich das Ganze zurecht ruckeln muss. Irgendwie irgendwie auch Leute in Bundesländern, die gar keinen Bock haben auf die ganze Geschichte, die überhaupt Gegner der Reform sind und trotzdem jetzt irgendwie sich damit arrangieren müssen und vielleicht ein bisschen gucken, wo kann man noch ein bisschen Repression anwenden und wo eben auch mal nicht. Ja, also es geht eben nicht, dass man da jetzt den Besitz für Erwachsene in der Schule verbietet. Oder es geht auch im Merk-Pomm nicht, wenn man irgendwie der zuständige Minister ist, dass man sagt, ich habe keinen Willen gar nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Na, ist egal, Bundesgesetz muss trotzdem machen. Wunderbar soweit. Das war es für heute bis auf die Termine. Da haben wir ja noch eine Menge Ortsgruppensachen im Wesentlichen in Darmstadt, der offene Handftisch der Ortsgruppe am 5.7. in Berlin. Die queere Neurodiversität und medizinisches Cannabis, 6.7. auch jetzt am Wochenende. Dann Wuppertal-Treffen der Ortsgruppe Bergisch Land, meine Rummys. Schöne Grüße, 9.7. München, Online-Treffen der Ortsgruppe Online-Treffen, 11.7. In Heidelberg der offene Handftisch, 16.7. und in Mannheim ein Infotisch, 20.7. So, und weil wir jetzt nach und nach die ganzen Videos von den Sessions in der Cannabis-Normal-Konferenz veröffentlichen werden hier, lohnt es sich besonders, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr es mitbekommt. Viele spannende Debatten, stundenlang nerdiges, super informatives Material. Auch die Leute, die auf der Konferenz waren, haben schon vielfach gesagt, so, bringt ihr die alle noch, die Videos? Ja, ich will mir die alle noch angucken, weil ja drei Sessions gleichzeitig waren, man konnte nur eine sich angucken und die anderen werden auch diese Leute, die ja vor Ort waren, eben dann per Video sehen wollen. Also, Kanal abonnieren und dieses Video liken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal.